Kapitel 12 Twilight öffnete ihre Augen und erblickte vor sich nur Dunkelheit. Das Letzte, an das sie sich erinnern konnte, war ein helles, weißes Licht. Und nun war es stockfinster. Ist hier jemand? Bist du das, Twilight? Ja, sind die anderen auch da? Ich bin da. Was ist passiert? Kann jemand bitte das Licht anmachen? Twilight versuchte ihr Horn zum Leuchten zu bringen, doch fühlte sie sich noch etwas benommen. Gib mir einen Moment, Fluttershy, ich muss erst wieder einen klaren Kopf bekommen. Pinkie Pie, bist du auch da? Ja. Stimmt mit dir etwas nicht? In meinem Kopf herrscht das absolute Chaos. Das Erdpony knifft die Augen zusammen. Bei Sakura hatte sie gelernt, die Flut von Gedanken zu kontrollieren. Dafür war es notwendig, den Geist zu disziplinieren. Doch diese Pinkie Pie war nun fort. Sie musste Platz machen, damit die alte Pinkie Pie aus ihrer persönlichen Hölle entfliehen konnte. Doch nun musste diese Pinkie Pie mit dem Wirrwarr an Gedanken klarkommen. Zwar hatte früher auch nie wirklich Ordnung in ihrem Kopf geherrscht, doch war dieser früher im Gegensatz zu heute geradezu leer. Sie versuchte wenigstens einen klaren Gedanken zu fassen und entschloss sich für den Regenbogen, den Rainbow Dash einst mit ihrem ersten Sonic Rainboom verursacht hatte. Sie dachte an ihn und ließ keinen anderen Gedanken zu. Pinkie Pie? Fragte Twilight nochmals besorgt nach. Einen Moment, ich hab es gleich. Sie merkte, wie die anderen Gedanken zurückwichen und der Geist wieder klarer wurde. Sie schaffte es, ihre Gedanken wieder zu kontrollieren. Nicht so gut wie noch vor ein paar Stunden, doch es war ihr zumindest wieder möglich. Ich glaube, es geht wieder. Ist mit dir alles in Ordnung? Ich glaube schon. Ich würde sagen, dass ich wieder da bin. Sie lächelte. Sie hatte schon ganz vergessen, wie schön sich das eigentlich anfühlte. Was meinst du mit, du bist wieder da? Ich glaube, ich bin wieder die alte Pinkie Pie. Meine Liebe, ich bin mir nicht sicher, ob das gutes Timing war. Vielleicht nachdem wir das Element der Schöpfung gefunden haben, aber doch nicht jetzt. Es war notwendig. Twilight hatte sich wieder etwas erholt und versuchte nochmals ihr Horn zum Leuchten zu bringen. Und dieses Mal gelang es ihr auch. Sie schaute in die Runde und all ihre Freundinnen sahen noch ziemlich mitgenommen aus. Hattet ihr auch diesen komischen Traum? Ich glaube, es war mehr als nur ein Traum. Was hatte all das zu bedeuten? Ich meine, wir sind keinen Schritt weitergekommen. Oder seht ihr irgendwo ein Element der Schöpfung hier? Was ist denn das? Twilight verstärkte das Leuchten und richtete es auf den Boden. Fluttershy hatte recht. Dort lag wirklich etwas, das vorher noch nicht da gewesen war. Soll das das Element der Schöpfung sein? Sieht eher so aus, als hätte man eine Uhr an ihre Einzelteile zerlegt. Auf dem Boden lagen mehrere kupferfarbene Teile und es sah wirklich so aus, als sollte man sie zusammenbauen. Doch erkannte Twilight nicht, was es darstellen sollte. Wenn die Einzelteile eine Uhr bilden sollten, war es die seltsamste, die sie jemals gesehen hatte. Das war vorhin auf jeden Fall noch nicht da. Pinkie Pie, weißt du, was das ist? Das Erdpony schaute es sich an, doch erkannte sie nicht, was es sein sollte. Vor ein paar Stunden hätte sie es vielleicht sagen können, doch jetzt ergaben diese Teile auch für sie keinen Sinn mehr. Und so war sie gezwungen, ihren Kopf zu schütteln. Was ist eigentlich passiert und was sollte all das? Ich glaube, es war eine Art Test. Es sollte unseren Charakter auf die Probe stellen. Da wir hier sind und diese Dinger da auch, nehme ich mal an, wir waren erfolgreich. Aber warum sollen wir es auch noch zusammenbauen? Ich weiß ja nicht, was ihr erlebt habt, aber ich musste die Hölle durchleben. Ich glaube, wir haben alle unsere Hölle erlebt. Hm, was soll dieses Ding bloß darstellen? Vielleicht eine Karte. Wir müssen es auf jeden Fall zusammenbauen, aber zuerst sollten wir es nach draußen bringen. Vielleicht weiß Prinzessin Celestia draußen, was es ist. Die habe ich ja total vergessen. Wir wissen ja nicht mehr mit Sicherheit, ob es die echte ist. Etwa noch ein Test. Zuerst durchleben wir unsere Hölle, dann sollen wir irgendein Ding zusammenbauen und nun wartet auch noch eine Illusion auf uns? Pah, aber wenn sie es unbedingt so haben möchte. Seit einem halben Jahr habe ich ein Zucken im Bein. Dann bebte die Erde. Es war kein leichtes Beben, sondern stark genug, dass die Höhle begann, ihren Halt zu verlieren. Wir müssen hier auf jeden Fall raus, sagte Twilight und hob die Einzelteile auf und steckte sie in ihre Tasche. Dann rannten die Ponys den schmalen Gang nach oben. Als sie draußen ankamen, wartete Prinzessin Celestia auf sie. Da seid ihr ja endlich. Habt ihr es? Die Ponys schauten sich kurz an. Dann fragte Twilight, was sollen wir haben? Das, was in der Höhle war. Twilight wurde klar, dass diese Celestia nicht wirklich wusste, was in der Höhle sein sollte. War es tatsächlich wieder ein Test, wie Rainbow Dash vermutete? Ich habe keine Lust mehr auf diese Spiele. Wir wissen, dass du nicht die echte Prinzessin Celestia bist. Du kleines, vorlautes Ding! Gib es mir! Twilight holte die Einzelteile aus ihrer Tasche und warf sie auf den Boden. Hier ist es! Was soll das sein? Du weißt es nicht? Sag mir, was das sein soll! Das wissen wir doch selbst nicht! In den Augen der falschen Celestia stieg die Wut auf. Ihr nutzlosen Ponys! schrie sie Twilight und ihre Freunde an. Dann zerfiel ihr Äußeres und darunter kam eine dunkle und heruntergekommene Gestalt zum Vorschein. Chrysalis! Was willst du denn hier? Rainbow Dash und Applejack stellten sich sofort vor die anderen und das Pegasus-Pony spreizte die Flügel. Dasselbe wie ihr! Ich will das Element der Schöpfung! Dann weißt du also auch, was gerade mit Equestria passiert, ja? Na sicher! Aber woher? Du kleines, dummes Pony! Ich habe meine Spione in ganz Equestria. Ich weiß alles, was ihr wisst! Dann weißt du auch, dass wir nicht die Zeit haben, gegen dich zu kämpfen. Das Ende ist ganz nah! Ich werde nicht zulassen, dass ihr Equestria rettet! Dann wird Equestria untergehen! Nicht einmal du kannst das wollen! Ich habe natürlich vor, selbst Equestria zu retten. Und dann bin ich die alleinige Herrscherin! Das werden wir nicht zulassen! Mir reicht es jetzt! Es ist an der Zeit, dir in den Arsch zu treten! Und Kaugummi zu kauen! Rainbow Dash schaute mit einem fragenden Blick zu ihr. Entschuldigung, ist mir nur so rausgerutscht! Sie hatte recht, die alte Pinkie Pie war wieder da. Du lebensmüdes Pegasus-Pony! Glaubst du wirklich? Begann Chrysalis. Doch bevor sie ihren Satz beenden konnte, stürzten sich Rainbow Dash und Applejack auf sie und brachten sie zu Fall. Sie war selbst überrascht, dass sie diese Kreatur wirklich so leicht auf den Boden bringen konnten. Doch gab es hier auch niemanden, dessen Kraft sie rauben konnte. Rainbow Dash hingegen hatte Applejack. Erneut begann die Erde stark zu beben und riss dabei auf. Es fehlte nicht viel und Twilight und ihre Freunde wären in solch einen Riss gefallen. Mit ihrer Magie hielt sie die Bauteile fest, damit sie nicht davonrutschten. Wir müssen das Ding zusammenbauen, bevor es zu spät ist! Rainbow Dash und Applejack drückten Chrysalis nach unten. Doch dann bebte die Erde erneut und die beiden wurden runtergeschüttelt. Rainbow Dash flog hoch und packte Applejack, damit diese nicht in einen der sich bildenden Risse hineinfiel, und setzte ihre Geliebte auf den Rücken. Auch Chrysalis stand auf und flog mit ihren insektenartigen Flügeln über den Boden. Auch Fluttershy konnte sich vom Boden erheben, doch die anderen konnten nicht fliegen. Sie hörten, wie Geröll sich bewegte und schauten nach oben. Immerhin befanden sie sich immer noch in dem großen Vulkan, und große Steine fielen nun in den Krater hinab. Ihr müsst hier sofort weg, schrie sie den anderen zu. Twilight, Pinkie Pie und Rarity schauten sich um und sprangen dann schnell über einen der Risse hinfort. Rainbow Dash wollte Chrysalis keine Verschnaufpause gönnen und startete einen neuen Angriff. Als sie zusammenstießen, sprang Applejack von Rainbow Dash hinab und klammerte sich um Chrysalis Hals und hakte ihre Hinterbeine in ihre Vorderhufe. Chrysalis versuchte, das Erdpony abzuschütteln, doch Applejack ließ nicht locker. Rainbow Dash holte mit ihrem rechten Vorderhuf aus und rammte diesen der Queen ins Gesicht. Für ein paar friedliche Ponys seid ihr ziemlich brutal drauf. Rainbow Dash holte nochmals aus und schlug ein weiteres Mal zu. Im letzten Jahr wurde ich von irgendwelchen Monster-Ponys verfolgt. Ich habe herausgefunden, dass mein Idol ein blöder Idiot ist. Ich wurde von meinem Ausbilder gedemütigt. Ich wurde ein paar Mal von einem Konzertflügel umgebracht. Und ich bekam einen Korb von meiner Geliebten. Ich wurde vom dunklen Drachen fast in Stücke zerrissen. Und meine Geliebte hat mir immer noch nicht gesagt, dass sie mich liebt, obwohl ich sie wahrscheinlich verlieren werde. Kurz gesagt, ich habe ein echt abgefucktes Jahr hinter mir. Sie ließ Chrysalis los, die wie ein Sack zu Boden fiel. Twilight, Rarity und Pinkie Pie flüchteten zu einer sicheren Stelle, wo sich noch kein Riss gebildet hatte. Trotzdem bebte weiterhin die Erde. Pinkie Pie, du musst mir sagen, wie die Teile zusammengehören. Alleine schaffe ich das nicht rechtzeitig. Ich kann das nicht mehr. Du musst es versuchen. Pinkie starrte auf die Teile und versuchte, sich zu konzentrieren. Noch vor kurzem hätte sie die Zusammenhänge in der Teile sofort verstanden. Doch nun war es ihr nicht mehr möglich, das Muster zu erkennen. Die Fähigkeiten waren noch in ihr, doch konnte sie sie nicht mehr nutzen. Ich schaffe es nicht. Ich bekomme meinen Verstand nicht klar genug, um das Puzzle zu lösen. Das Schicksal von ganz Equestria hängt davon ab, ob du das jetzt schaffst. Stell dir doch vor, dass es nur ein Spiel wäre. Wie? Es ist ein Puzzle. Ein Spiel. Du, du hast recht. Das Erdpony sah wieder auf die Teile und vor ihrem inneren Auge fingen sie an zu tanzen. Stück für Stück setzten sich die Teile im Geist zusammen, während Rainbow Dash und Applejack Chrysalis bearbeiteten. Ich habe es! verkündete Pinkie Pie nach einiger Zeit, als sie es im Geist komplett zusammengesetzt hatte. Was ist es? Pinkie Pie sah eine Art Kugel. Sie war nicht geschlossen, sondern sah eher wie ein kugelförmiges Gerüst aus. In ihrem Inneren schwebte etwas. Es ist... Es ist ein... Es ist ein Kompass! Ein Kompass? Sie verstand nicht wirklich, wie daraus ein Kompass werden sollte. Twilight hob die Bausteine in die Luft. Sag mir, wie sie zusammengehören. Und Pinkie Pie begann es ihr zu erklären, Stück für Stück. Pfff! Ihr verdammten Miststücke! fluchte sie, während ihr das Blut aus dem Mundwinkel triefte. Rainbow Dash hatte sich wirklich nicht zurückgehalten. Zieh dich zurück und lass uns unseren Job machen! Entweder ich rette diese Welt und werde ihre neue Herrscherin, oder sie geht unter! sagte Chrysalis und griff wieder an. Obwohl Rainbow Dash ihr einige saftige Schläge verabreicht hatte, war sie noch nicht geschlagen und noch immer gefährlich. Währenddessen hatte Twilight unter Pinkie Pies Anleitung den Kompass fast fertiggestellt. Ich werde euch vernichten! schrie Chrysalis und sammelte ihre Energie in ihrem Horn. Dann entlud sie einen grünen Energiestrahl. Und gerade noch konnten Rainbow Dash und Applejack ausweichen. Doch dieser flog nun direkt auf die anderen zu. Twilight setzte die letzten Bauteile des Kompasses zusammen, als plötzlich ein Energiestrahl auf sie zukam. Twilight und Pinkie Pie konnten noch ausweichen, während Rarity sich duckte und der Strahl ihr direkt über den Kopf hinweg flog. Rarities Herz klopfte wie wild, nachdem der Strahl sie um Haaresbeite verfehlt hatte. Doch roch sie etwas. Sie roch verschmorte Haare. Langsam tastete sie ihren Kopf ab und bemerkte, dass ihre ganze Mähne verschwunden war. Du, du hast meine Mähne ruiniert! Rainbow Dash und Applejack nahmen Abstand von Chrysalis. Denn selbst in diesem Zustand war der Changeling überaus mächtig. Rarity tastete weiter ihren kahlen Kopf ab. Du hast meine wunderschöne Mähne ruiniert! Du eingebildetes Pony wirst dir gleich folgen! Das wirst du mir bezahlen! Ihr Horn und ihre Augen fingen plötzlich an, in einem weiß-blauen Licht zu leuchten. Twilight hatte Rarity noch nie so wütend gesehen und noch nie hatte das weiße Einhorn so viel Magie freigesetzt. Im Vergleich zu ihr oder auch zu Chrysalis war dies trotzdem noch nicht sehr viel, aber für ein normales Einhorn-Pony eine beachtliche Menge. Du willst dich mit mir anlegen? Versuch's doch! Rarity machte eine Kopfbewegung nach oben und aus dem Boden sprangen vier spitze Edelsteine hinaus. Bevor Chrysalis klar werden konnte, was das weiße Einhorn vorhatte, bohrten sich die vier Edelsteine in ihren Körper und der Changeling schrie schmerzerfüllt auf. Und in diesem Moment griffen Rainbow Dash und Applejack nochmals an und stießen sie in einen Riss hinab. Doch Chrysalis schaffte es, Applejack zu packen und riss sie ebenfalls mit. Rainbow Dash flog sofort hinterher und packte Applejack an den Vorderhufen, während Chrysalis ihr an den Beinen hing. Rainbow Dash konnte den Fall stoppen und zog sie wieder nach oben. Doch obwohl Chrysalis ziemlich schwer verwundet war und somit nicht mehr selbst fliegen konnte, hing sie weiterhin an Applejacks Beinen und ließ nicht los. Du musst mich loslassen! Nein! Wir waren uns doch einig! Rainbow Dash wollte nicht wahrhaben, dass sie ihre Geliebte wirklich opfern musste. Nicht so! Nicht, weil dieses Monster da unten einfach nicht loslassen wollte! Lass meine Geliebte los! Du ziehst uns beide hoch oder ich werde sie mitnehmen! Dann fing die Erde an, noch stärker zu beben und die Ränder des Risses brachen in sich zusammen. Lass endlich los, du verdammtes Miststück! Doch sie ließ nicht los. Du musst uns loslassen, sonst schaffst du es selber auch nicht wieder nach oben! Sie brauchen dich! Applejacks Augen füllten sich mit Tränen. Und dann wusste Rainbow Dash, was sie tun musste. Sie ließ los. Und dann schaffst du es!